Und willkommen zurück bei Mario Party. Wir sind am Ende vom Mario-Brett angelangt und Cooper wird nun verkünden, wer der Gewinner ist. Wer höchstwahrscheinlich der Gewinner ist. Also er sagt zwar immer den, der supportet wird, aber es muss ja nicht unbedingt stimmen. Es kann alles durch ein dummes Mirakelfeld noch verändert werden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, weil die Würfelanzahl wurden ja eh schon bereit. Ja, aber die Minispiele und das alles, egal. Auf jeden Fall, eigentlich müsste ich es sein, weil ich kriege ja fast alle Bonussterne, genau. Ja. Zwei wahrscheinlich sowieso, die nehme ich den Münsterne und die Minispiele. Also da müsste schon echt unfassbarer Bullshit passieren, dass ich das nicht nach Hause hole. Naja, mir fällt was ein, wo du ihn eventuell nicht bekommen würdest, aber... Den Bonusstern? Oder wovon redest du? Ja, ich meine den Sieg. Achso, den Sieg im Ganzen. Ja, okay, das Einzige ist halt die Möglichkeit mit diesem Z-Stern abbezogen. Ja, wenn es so ist. Das glaube ich nämlich eher nicht. Was zum... Tatsächlich. Es gibt... Warum gibt es... Ja, super, geht doch. Das ist... Das kann doch nicht sein, dass die das erfunden haben und die Scheiß-Items nicht, oder was hier? Oh. Nee. Hey, ihr solltet ihn lieber einen Stern wegnehmen. Ja, das ist interessant. Nein, den Stern weg. Es gibt die Z-Stars, aber sie haben... Oh, Sarah, was fällt dir eigentlich ein? Schatze! Aber sie haben eine andere Funktion. Kein Wunder, dass Peach dich nicht will, wenn du nur so ständig Scheiße machst. Ja, so in späteren Mario-Partys hat die Z-Stars, die Wirkung, dass man einen Stern verliert, aber hier kostet es einfach nur ziemlich viel. Bin ich einverstanden mit. Nimm ruhig mein Geld ist noch so wichtig. Boah, jetzt hatte ich aber kurze Zeit richtig Angst. R ist... Aber du kriegst jetzt den Stern, ne? Drück doch einfach B. Das ist eh die bessere Karte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ja, oder komme ich so aufs Mirakelfeld? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8... Ja, zählen müsste man halt können, dann weißt du es. Ja, ist das jetzt 8 oder 9? Oh Mann! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9... Dass wir das jedes Mal durchkauen müssen. Ja, mein Gott, das ist halt eben so. Wo dann ist denn jetzt? Achso. Ja gut, also dass du jetzt hier den Stern kriegst, das habe ich halt natürlich nicht berücksichtigt. Ja, aber trotzdem... Ähm, aber ehrlich gesagt passt mir das sogar. Ja, weil dann bin ich nicht Erster. Naja, wenn ich zum Uhu komm... Du hast kein Geld mehr, ich schon. Ja, warte, ich krieg noch 20 Münzen und dann muss ich nur noch einmal ein Minispiel gewinnen. Achso, ja. Ja, der Typ gibt dir jetzt 20 Münzen her. Ach, das ist so lächerlich. Ja, mal schauen. Aber Luigi chillt schon die ganze Zeit. Den müssen wir auch mal stoppen. Ja, schon hätte ich genug. Ja, wieso Luigi? Um den mache ich mir keine Sorgen. Warum? Ja, keine Ahnung. Es ist halt Luigi. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Was nimmt denn der Trottel nicht den? Achso. Ja, der hat die meisten Münzen. Schau mal an. Ja, und er ist Erster, leider. Ja, und er ist sein Bruder. Was ist das für eine Begründung? Ja, weiße, weiß ich. Ich will ihm den Sieg nicht gönnen. Der Knight. Ja. Der ist ja schon größer als er. Familie steht dann über alles, ey. Ja, der ist total ruhig, Luigi. Ja, wir können ja chillen und klauen beide vom Luigi den Stern. Und hat dann null. Und wir beide lassen uns diesmal unberührt. Ich weiß es nicht. Ja, sonst ist es halt wieder, ich klau dir ein, du klaust mir ein. Ja, aber dann... Wirst du wissen, ob du das machen willst. Was? Ach, haben wir das noch nicht gespielt? Nee, ne? Nee. Münzenfangen. Ja, eigentlich ganz simpel. Wir müssen einfach nur die Münzen sammeln und den Hemmern ausweichen. Ganz klar. Ja, wieso können wir dann hier schlagen? Boah, war der noch hässlich. Es sah aus wie so eine Hexe. Was soll das dein Hammerbruder darstellen? Geil. Das ist eher ein Kotz gebrochener als ein Hammerbruder. Verdammt, was ist der Münster? Oh nein. Ja, du kriegst ihm gerne hinterher, wenn. Scheiße. Hey, das war meine Münze. Aus dem leckt es schon ein bisschen das Spiel. Ach, man kann auch rausfliegen. Ist ja übel. Habe ich denn jetzt nur du? Den hattest du geholt. Ich hoffe es mal, weil das ist echt richtig scheiße. Ja, genau auf den Luigi. Du musst ja gar nichts machen. Hey, der ist durch mich durch. Ja, nehm mich doch, Donkey Kong, nehm ihn doch. Der ist durch mich durchgeschwimt. Was? Ich habe keine einzige Münze. Was? Das Spiel hasst mich. Eppig. Es hasst mich. Boom. Komm, schnell zum Boo-Boo, Alter. Toll. Wo war der Münzrekord? Das wird nämlich noch übel. Vielleicht knackt der Luigi den. Doch, komm, wir klauen beide den Luigi-Stern. Ja. Dann bist du wenigstens noch sicher Zweiter. Toll, ich will aber nicht Zweiter sein. Gewinnen kannst du eh nicht. Halt den Mund vielleicht ja schon. Ja, das glaube ich eher nicht. Was ist denn das? Was? Ein Stapel Blöcke, hüpf auf und ab, zerschmittere die Kisten. Die Kisten. Ja, die Kisten. Okay. Und die Steine. Ich will nicht versehenlich die blauen Bums zu schleunen dich von der Plattform. Ja, okay. Mal schauen, wie es wird, ne? So. Der Yoshi wird dir wohl auch kaum die Steine zerschlagen können. Wie lustig der das macht mit seiner komischen Nase da. Scheiße. Die Zeit wird... Ah, Mist. Zählt das noch? Ja, wieso? Ich hab's bekommen. Nein, ne? Bekommen. Ja! Wieso? Ich hab die doch alle zerschmettert. Ja! Ja, wie soll ich denn da so hoch springen können? Du musst halt an die Kiste auch noch nehmen. Ah, ja. Ja, wie denn, wenn die so hoch ist? Freak out. Lola, das war ja einer Frau. Ist ja vollbeschiss. Ja, ist doch so. Hat niemand draufgeschrieben, dass ich die noch holen soll? Ja. Ja, mei. Ja, echt? Gleich verklagen. Apropos verklagen. Das ist ein gutes Stichwort. In diesem Part wollte ich eigentlich über den Skandal sprechen, der in der USA vorgekommen ist. Allerdings ist das vielleicht gar nicht so gut während eines Minispiels. Warten wir das erstmal noch ab. Ja. Und dann in der nächsten Runde. Warte. Ja, das hatten wir schon. Ja, aber es gibt da drei verschiedene Arten. Deswegen verstehe ich da nicht. Okay. War das nicht ein Team-Minigame? Nein, das diesmal nicht. Ach so, das ist das andere. Ich seh schon. Ja, was denn, ey? Dass der Haider kommt und dich schlägt. Deswegen musst du aufpassen. Und ich auch. Boah. Oh Mann, ey. Das ist meine Kiste. Ja, Luigi, was fällt dir ein? Dass Frauen immer so schreien müssen, ey. Das... Oh, jetzt wollte ich eigentlich die andere nehmen. Ich wusste, dass da einer versagt. Scheiße. Lass mich da hoch, damit ich die Große noch kriegen kann. Ich will die haben. Runter, runter. Nein, jetzt hat der Yoshi sie. Ja, jetzt hab ich sie. Ich werde dich behindern. Hau ab, du Behinderte. Nein, ich werde dich behindern. Das schaffst du nicht. Das schaff ich schon. Nein. Mario, mach ihn kaputt. Idiot. Als ob du eh nicht genug Geld hättest. So, das war ein Riesenschnitt. Geldschlucker. In Richtung Münster. Obwohl, nee, es ist nur 14. Ich hab eigentlich mit 34 gerechnet. Toll, komm, Luigi. Du brauchst noch ein bisschen mehr Kohle. Ja, Skandal in den USA. Es geht um diese Minispiele, bei denen man drehen muss. Weil eigentlich... Ach, rechts geht's zum Boho. Eigentlich sollte man diese Drehminispiele mit dem Daumen machen. Steht auch in der Beschreibung drin. Aber die CPUs sind mit der Zeit zu stark. Das merke ich ja schon bei normal. LOL. Dass man gezwungen ist, das mit der Handinnenfläche zu machen. Und da ist es bei Kiddies in den USA vorgekommen, dass die Armen sich blasen und Taufheitsgefühle zugeführt haben. Und da man in der USA ist, kann man die natürlich gegen alles verklagen. Genau, das Rechtssystem in den USA kennt man ja. Da kann ja jeder flamen und was einklagen. Natürlich haben das die ganzen wunderschönen und kompetenten Eltern auch gemacht und Nintendo angeklagt. 2002 kam es dann zu einer Einigung. Natürlich haben Nintendos Anwälte sie wieder mal gerettet, so wie es oft der Fall ist. Ja. Und das ist richtig krass, weil Nintendo musste 80 Millionen Dollar für Handschuhe zahlen. Und diese Handschuhe wurden dann an jeden betroffenen Haushalt geliefert. Und zwar vier für vier Familienmitglieder. So, das ist ein schweres Wort in der Kombination. Na wieso, es müssen nicht mal Familienmitglieder sein. Einfach an vier in jedem Haushalt. Ja. Ja, wenn die mit Freunden spielen, wären die ja nicht zur Familie. Für irgendwas haben sie noch 75.000 gezahlt, aber das habe ich nicht ganz verstanden. Jedenfalls ziemlich viel Asche für nichts. Im Übrigen, in der EU, also in Europa hat keiner rumgeflennt deswegen. Damals gab es noch keine EU. Es hat niemand deswegen rumgeflennt. Es kam nur in der USA vor. Ist mal wieder klar gewesen, oder? Ja. Aber sie kriegt nur vier Münzen. Bis Dezember 1999 hatte ich das Spiel im Übrigen 1,1 Millionen 150.000 Mal verkauft. Also ich frage mich, ob die da noch Gewinn mitgemacht haben. Also Luigi will unbedingt noch einen dritten Stern, habe ich den Eindruck. Ja, wir müssen jetzt handeln. Also ich glaube, ich nehme Stern, du kloste dem Stern und er ist aus dem Rennen raus. Ja, mal schauen. Explosiver Bobbomb. Ach, das kenne ich doch. Hat das nicht im 2 so ein Kampfmini-Spiel? Ja, genau. Ach Gott. Mit, warte, hier geht es anders. Wieso? Gib dir mal. Nö. Das Asse ist das Gleiche. Ja, aber das war B und A. Da war noch was mit B. Ja, man konnte in Neu Party 2 den auffangen. Aber hier geht es halt nicht. Hier muss man ihn einfach weitergeben. Ja, das Ding ist größer und man sollte ihn auch weitergeben. Das war so ein blödes Kampfmini-Spiel. Sowas von riskant. Fick dich. Hoppla, Entschuldigung. Nein, weg damit. Weg damit. Geh halt mal hoch, du blödes Ding. Aber nicht bei mir. Ja, nicht bei mir, nicht bei mir. Hau ab. Nein. Ja klar, das gewinnen alle und nicht nicht, oder was? Ich hab, das war Luigi, nicht ich. Ich wollte, dass Luigi das bekommt. Ja, warum war das denn klar? Alter. Keine 2. Gut. Also, mach mal das jetzt so. Luigi aus dem Rennen raus. Ja, warum nicht? Verdammt, der Kerl hat 108 Münzen. Also, der muss auf jeden Fall gekillt werden hier. Das gehen ab. Vollidiot. Gebt mir einen Stern. Sofort. Ach, ich weiß nicht. Ja, jetzt musst du's machen. Hallo, es war abgesprochen. Ja, was denn? Ich hab denkt so unterschrieben. Verarsch mich hier nicht. Ja, aber es wäre eigentlich nur zu meinem Nachteil. Nein, weil du dann ganz sicher Zweiter bist. Ja, so wäre ich auch Zweiter. Nö. Oh, also es kann sich noch alles ändern. Scheiße, Mann. Ja, jetzt muss ich sowieso alle Sterne abgeben. Wer? Ich. Ja, was weiß ich? Ich will hier was mit Sternen haben. Hör auf, mach was mit Münzen. Du bist echt sowas von einer dreistik. Ja, wieso Luigi? Komm, gib's mir hier. Nein! Mensch, wieso gebe ich das Mario? Das ist Mario, nicht Mario. Mario, hab ich doch gesagt. Ja, super, was soll ich jetzt machen? Ja, den Mario klauen, was denn sonst? Ja, aber es lohnt sich doch nicht für mich. Ey, wenn du mich hier verarschst, und wenn ich dich das ganze restliche Let's Play sowas von penetrieren, das sag ich dir. Oh, oh. Also, du kannst dich mit mir anlegen, wenn du willst. Wenn er mich irgendwo anders penetrieren würdest. Ja, alles gut. Aber das ist doch dunkel. Also, jetzt kommt der hier aus dem nichts plötzlich. Ja, wieso? Das verkackt er jetzt wieder, das Spiel. Ja, selbst wenn, den Stern wieder sich doch locker kaufen können. Da ist jetzt Tort von und nicht Bowser, ne? Ja, schon. Das schafft er, glaube ich, nicht. Ach. Ja. Weil es ist gar nicht so einfach. Ja, es ist auch gar nicht so einfach. Du musst jetzt alle richtige Timing haben. Du darfst nicht so lange warten. Ja, und schnell sein muss man auch noch. Ach, ist der dumm. Das war ja auch ganz schlecht. Ja. Und dann heult er so rum wie so ein Baby. Ja. Noob. Ich habe nur fünf abgezogen. Also, der Stern holt er sich auf jeden Fall mit 71. So viel steht fest. Ach, ich weiß nicht. Ach, das macht er es aber interessant. Was soll ich tun? Das, was abgesprochen ist. Ich weiß nicht. Ich könnte ja so gewinnen. Nein, kannst du nicht. Nein, natürlich, weil... Du bist das ganze lastige LP geäußert. Weil Luigi bekommt schon den Münchstern und den Fragezeichen. Dann würdest du nur... Natürlich bekommt er den. Und warum? Ja, weil er das meiste hat. Außerdem war er auf zigtausend und Fragezeichenfelder. Das kommt doch nur darauf an, wie viele Münzen man mal hat. Ich mache das jetzt auch so mit der Handfläche. Ja, der hat doch über 100. Du hattest, glaube ich, nicht über 100. Natürlich hatte ich über 100. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht sicher, ob ich ihn bekomme, weil es sehr eng sein wird. Aber... Ja, ich glaube mal nicht, dass du ihn bekommst. Dann glaubst du es halt nicht. Es ist mir auch scheißegal. Auf jeden Fall war es aber was anderes abgemacht. Ach, Mensch, ich kriege das nicht hin mit diesem... Ja, aber erst mal habe ich jetzt eigentlich... mehr gekriegt als jetzt. Nein, ich habe ihn doch nur berührt. Gestreichelt. Immerhin eine. Nur gestreichelt. Na komm, ziehe. Oh, die Kiste, Alter. Ja, komm, eine Millisekunde später, ey. Ja, immerhin eine Münze. Es geht einfach nicht. Oh, Mann, als ob du eh nicht genug Kohle hättest. Damit muss ich zufrieden sein, nehme ich mal an. Toll, ich muss mit einer Münze zufrieden sein. Sechs. Und die anderen haben, glaube ich, null, weil sie sie rumheulen. Ja. Ernsthaft? Okay. Ist das geil. Oh, die letzte. Ja, mal schauen, ob ich sie überhaupt zugeschaut habe. Ach stimmt, ey. Sie ist ja richtig schnell verflogen hier. Achso, doch. Naja, wenn ich eine Eins würfel. Das weiß nur das Spiel. Dankeschön. Ich hasse dich, Mario Party 1. Du hast irgendwas gegen Yoshis. Komm, Luigi, mach irgendwas Gutes. Jetzt musst du hier noch richtig scheiße machen. Bosa ist eine große Chance. Müssen wir jetzt dieses komische Münze spielen, oder wie? Ja. Aha. Gegen ihn, oder was? Ja, irgendwie ja schon. Nee, Luigi ist das mega ok. Wir können ihn bestrafen. Also, schon mit der Handinnenfläche, ne? Nicht mit dem Daumen. Und da wir ja in Europa leben, denke ich, wird nichts passieren. Würden wir jetzt in der USA sitzen. Ja, dann... Dann wäre die Hand ganz schnell kaputt. Wir müssen ins Krankenhaus. Oh je. Die haben ja so empfindliche Hände dort. Ja, ja, ja. Kein Wunder. Die haben so voll die Mega-Hände hier in Europa. Auch einen empfindlichen Geldbeutel. So ist das. Bestraft. Wie viel hatte der denn jetzt? 108, nee. Ich hatte doch irgendwas mit 113, oder? Nee. Das wird echt interessant, wer den Drecksstern kriegt. Ach, keine Ahnung. Hau den Münzblock. Das waren eins dieser chilligen Spiele. Kriegen wir noch hinter uns. Wird jetzt eh nicht mehr viel ausmachen, that game. Spieler ohne Hammer. Ach, wir können eh nur springen. Ja, ist halt so. Er hat, denke ich, die besten Karten, weil er kann uns ja auch noch schlagen und so. Das ist total fies. Kann man ihn nicht irgendwie abnehmen? Warum macht ihr nichts? Er steht nur rum, der dämliche Trottel. Kann man noch warten, bis er was aufmacht und es ihm dann wegnehmen, so wie ich es gerade getan habe. Ich dreistes Schwein. Hey, Luigi! Voll kassiert. Gib her. Nein, es ist meins. Hey, Yoshi, du falsche Schlange. Hey, was soll das? Boah, Mann. Ich habe fast nichts. Oh, schade, dass er jetzt nicht voll auf deinen Kopf eingeschlagen ist. Wenn Luigi war so schlecht. Der hat, glaube ich, gar nichts. Na doch, sieben. Ja, wir haben alle genauso viel. Hast du jetzt sogar noch gewonnen? Ja. Mit sieben Münzen? Ja, ist ja geil. Also, Superstar. Sterne haben wir die zwei meisten. 2 zu 2 sieht es nach dem Spiel aus. Bei einem Gleichstand würdest du gewinnen. Interessant. Aber... Spielstern, das ist meins. Ja. Jetzt ist es interessant. Wer hat denn Münzstern? Ja, also. Hatte ich doch 113. Doch, hattest du doch mehr. So. Und jetzt wäre auch endgültig mal geklärt, wie das mit dem Münzstern so ist. Das ist ja im letzten Part 2. Du und Luigi warst zum Zweifel. Ja, habe ich das auch noch geschafft hier. Habe ich doch gesagt. Ja, glaubst du ja alle nichts. Ich rechne das alles voraus. Also, wäre jetzt endlich geklärt, wie der Münzstern vergeben wird. Es gab im letzten Part, äh, ein paar Diskussionen. Bis Mario Party 5 wird der Münzstern an denjenigen vergeben, der irgendwann, egal wann, die meisten Münzen im Spiel hatte. Ich finde es auch so besser. Ja, klar. Ja. Es macht auch ehrlich gesagt keinen Sinn. Also, weiß ich nicht, warum. Ja, weil am, weil am Ende wird eh der noch bevorzugt. Diejenige Person, die es anders behauptet hatte. Weil es, am Ende geht es ja dann nur noch um Gleichstand. Also, das wäre doch ein doppelt gemoppelter Vorteil. Das macht gar keinen Sinn. Egal. Auf jeden Fall ist es jetzt klar. Bis Mario Party 5 ist es so. Na, was passiert denn jetzt? Das macht er jetzt eigentlich letzter geworden aus seiner Stage. Ja, der kommt ja gar nicht hin. Ist das ein Opfer? Er fällt runter. Ja. Ja. Jetzt hast du es weggedrückt, Mann. Ja, da sieht man das doch noch alles. Ich wollte die genauen Münzen anschauen, wie knapp das war. Achso. Ich bin ein böses Mädchen. Aber schade, dass ich nicht zum U-U. Ja, das hätte mir eh nichts gebracht im Endeffekt. So, und wir haben immer noch den gleichen Screen, weil das richtet sich nämlich immer nach dem Gewinner. Und das ist ja schon wieder der Locki gekommen. Aber vielleicht wird es auf dem nächsten Brett mal einen anderen Gewinner geben, wie zum Beispiel Yoshi. Oder, nee. So ist ein Yoshi. Nee, Yoshi ist nicht gut, nee. Doch, Yoshi ist schön. Ja, wir werden sehen. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.